hallo leute und willkommen bei meinem video ich mache heute mal wieder den tierheim simulator du spielen gerade schon 200 schauen wir mal die lassen mal ein bisschen noch spiele heute probiere ich es mal wieder ein video aufzunehmen weil timo schaffe und ich habe mir gedacht kaum video drehen weil ich muss heute mittag noch reife wechsel gehe und 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 ich weiß jetzt nicht genau wann das video kommt wenn es später kommt sorry leute ich habe noch einen termin zum reife wechsel wo ich ja zu meinem schwager gehe und ja dann durch dort meine sommerreife drauf mache falls es früher hochkommt ja geht es nicht so lange weil wie gesagt ich habe noch ein bisschen was zu tun das fies aber wieder genial also so gut dem geht es gut dem geht es gut dann machen wir doch jetzt mal bild wenn die im oferen runden zu toben hey komm wir machen mal bild von euch hallo beruhigt euch du auch noch komm hallo stopp mensches kinder hast ja 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 tug dir motto rum dann du mir die bilder dommor ins gemme so einmal das ich hoffe es geht euch allen gute live stream gestern war ja wieder schön hat spaß gemacht wieder mit euch und mit unsere leute natürlich so genau dann gucken wir dass man jetzt die vermitteln wir anzeige nicht aufgegeben ja finde ein neues zuhause foto hochladen bier wählen in dein neues zuhause ok jasper machen mal genauso foto hochladen jasper auswählen in dein neues zuhause gut dann warte mal hier jetzt nur ein bisschen ab also der avatar ist irgendwie eigenartig bin ich jetzt so weit weg das ist genial bier ok weitere informationen ja das passt das passt so ok gut dann gehen wir mal ganz raus noch nett wir gehen jetzt hier raus wie wie gesagt leute heute gibt es kein langes video kurz und schmerzlos bieb alles war eine katze frechstark so wissen du wo sind die ja ja chill deine base komm hier muss ich gleich noch die hundehaufe weg machen so viel spaß mal gucken ob mein glück hat dann tschüss das ist geil so ah passt doch dann gehen wir mal schauen schalte weitere reposozial ja repro was weiß ich punkte frei äh weitere informationen jasper ok das passt ja so dann holen wir den ab wie kommt man da aus so das passt gut boller und was macht ihr heute schönes so ja 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 jetzt macht keine hektik chill komm weg komm ich glaube irgendwann kommt da ein update raus ich weiß nicht wann ob das schon draußen ist im plan bin nicht so offen laufend oh der hat wieder gewunken ah das war netzu herzlichen glückwunsch ah gut besitze alle gebäude in level 2 denen ihr ernst katzenauslauf gebäude mit unnütziger katzebüro heilige scheiße das heißt ich musst du jetzt alles verkaufe oder was weil wieder wisch das verstehe heiliger bim bam da müssen wir uns erstmal zurecht finden äh muss ich gerade mal gucken büro so wenn ich geld ja logisch ja ich bin eh pleite wohngebäude level 2 das habe ich alles noch gar nicht ja da werde ich mal off screen ein bisserl weitermache dann demnächst jetzt bis zur nächsten folge bin ich dann ein bisserl weiter weil da irgendwann wird es ja ein bisserl ähm ja wie soll ich sagen zu langweilig sagen wir es mal so ne jetzt gehen wir mal gucken wenn du passiert du bist schon mal blick du oh gott die katze drin äh ne doch katze ja an die stokette hier mehr okay hm ja gut dann nehmen wir mal noch eins auf würde ich sagen schau wir mal ähm daisy oh daisy ist ein schöner name für ein tier natürlich für ein tier natürlich logo so dann gehen wir mal gucken was das tier schon so hat und nehmen wir es direkt und gehen gleich in die Tierklinik äh da kommt es schon was geht alles fit bei dir ah ja hup nicht so viel geh mal drauf was hast du dann rasieren ach hier nehmen wir wieder äh mal rasiere so ach das ist aber eine scheiß stelle ne so pflaster da perfekt gleich da so bis jetzt so auf das flasche ja gut komm mit daisy du kommst jetzt in dein neues zu hause wo du hoffentlich nicht lange bleibst weil ich dich schnell vermitteln werde wenn es dir wieder besser geht die motorin so da ist ja nicht wirklich mehr was drin kopf weg ich will Wasser auffüllen oooohh du doofes wie leer was leer hallo warum ist das leer heiße ja dann muss ich mal Katze vor der Bestelle gehen vielleicht vielleicht finden wir was edeles mal gucke so shopping futterschlüssel günstige günstige Katzenfutter Kekse qualit qualitatives Katzenfutter ja mal gucke wo der Unterschied ist oh der Bienenschwan kommt wieder voila hoppen sie nimm alles schau wir mal vielleicht sieht es besser aus komm auf da naja ich sehe doch jetzt keinen Unterschied aber naja was Ali was ist denn da los warum ist alles leer ja Gott was ein Ski-Eis so hab ich noch was im Lager nö ich muss mal Wasser bestellen warum haben wir das nicht gleich gesehen irgendwie guckt mein Vieh schon wieder so komisch da ist wir draußen heller da nimmt mich die Kamera wieder nicht richtig wahr weil ich so bleich bin kann nichts dazu muss ich mich bei meinen Eltern beschweren so jetzt müssen wir gehen mit dem Wasser dass wir da genug drin sind ja mau so so genug Dummzeit gemacht jetzt gehen wir mal durch drüber warum habe ich tausend Dippe kann ich die du nennen sie das nervt nämlich dezent so da da war doch irgendwo ein Kackhaufen wo ist der ah hier Kacka suchs Kackhäufchen ja suchs wo bist du wuhu ah da ja ja heute bin ich wieder nervig sorry Leute früh aufgestiegt und Haushalt geschmissen wie es Sinn muss ne wenn die alte heim ist ähm ja viel Spaß ne aber macht mal ne so Leute dann werde ich demnächst offscreen weitermache das war jetzt heute nicht viel aber ähm ja gut kann auch mal ein kurzes Video sind gleich gucken das komplett wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da ein Abo wir würden uns freuen wir steuern auf die 500 Abonnenten zu es wäre mega wenn das alles rucki zucki jetzt klappen würde ähm ja wünsche euch noch einen schönen Tag bleibt gesund treibt's nicht so wild ciao ciao ciao